Der Browser aus dem Hause Google bietet Nutzern bereits einen umfangreichen Funktionsumfang. Leider fehlt in Chrome noch eine Standardfunktion, um alle Benutzereinstellungen inklusive Lesezeichen, Passwörter und Erweiterung zu exportieren bzw. zu importieren. Während die Lesezeichen recht komfortabel über den integrierten Manager gesichert bzw. wiederhergestellt werden können, muss man für ein komplettes Backup etwas anders vorgehen. Zum Glück ist die Vorgehensweise nicht allzu umständlich und kann recht schnell erledigt werden. Google Chrome speichert die Benutzereinstellungen in einem einzigen Ordner und legt damit eigentlich schon automatisch ein Backup an. Der entsprechende Ordner mit der Bezeichnung User Data findet man im Bereich der Benutzerdaten. In der Regel lautet der Pfad für Windows 7 und Windows Vista wie folgt. Und unter Windows XP findet man den Ordner in diesem Verzeichnis. Bevor man den Ordner kopiert, sollte man eventuell aus Platzgründen vorher noch den Cash löschen. Nach dem Kopiervorgang kann man nun jederzeit die gesicherten Daten wieder aufspielen und auf seine Daten zugreifen. Eine andere Methode, die eigenen Daten zu exportieren, besteht in der Möglichkeit, alles in die Cloud zu verfrachten. Dafür benötigt man nur ein Google-Konto und falls man keins besitzt, kann man sich kostenlos registrieren. Nach der Anmeldung, die man am besten mit eigenen Geräten in privaten Netzwerken durchführt, kann man dann die Benutzereinstellungen synchronisieren. Diese werden in der Cloud gespeichert und stehen dort für jede Installation von Chrome zur Verfügung. So bietet Google Chrome zwei Varianten, wie man die eigenen Daten schnell und effektiv sichern kann. Das heißt, als Cheese, dass wir das für youтр an heute erst mal Jahre alt sind, klein días или Wochenende ausgesucht haben, müssen wir die Autoritäts przeznangehen, ich bin ein, alsbrar ob auf das Geräten zu sein.